Das DB Museum in Nürnberg ist das älteste Eisenbahnhistorische Museum der Welt. Auf 6000 Quadratmetern gibt es viele Dokumente und Exponate aus zwei Jahrhunderten Bahngeschichte, spannend und interaktiv inszeniert. Das Herzstück bildet eine Schau über die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland. Legenden der Schiene sind hier versammelt. Vom Nachbau des Adler über Deutschlands älteste Originallokomotive, den beiden Salonwagen des bayerischen Königs Ludwig II., bis hin zum fliegenden Hamburger und dem lebensgroßen Designmodell des ICE 3. Die Eisenbahnerlebniswelt ist ein Museum zum Anfassen. Kleine und große Fans können sich hier ihrer Leidenschaft hingeben. Sonderausstellungen, Veranstaltungen und ein umfangreiches museumspädagogisches Angebot bietet alters- und zielgruppengerechte Programme. Besuchen Sie die ganze Welt der Eisenbahn im DB Museum in Nürnberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017